Sprecherpunkt. Soll ich da jetzt wirklich durch oder was? Oh, das ist schon anstrengend. So. Ah, wo geht's? Muss gehen. Ah. Japp, warte, Bro. Nice. Äh, fuhren wir da nochmal mit. Jetzt müssen wir doch bald mal in sein Büro ankommen. Warte mal. Warte mal. Äh, vor was soll ich mich beahlen? Warte. Warte mal, warte mal. Komm, wir jetzt immer näher. Oh, ja. Oh, ja. Das war knapp. Ein Nützer? Wer schießt denn da unten, ha? Weg mit dir. Irgendwie Alarm. Ach, da ist nur ohne. Ah, das war ein Trill. Toll. Toll. Einfach nur schlecht. Was muss ich denn da jetzt machen? Ich schau ja im Trailer nach, was ich da machen mache. Oh, das war's für mich. Eskam runter. Häh? Ja, das war's für mich. Ja, das war's für mich. Das war's für mich. Ich schüsse wohl schon jetzt immer wieder auf mich, oder? Ich schüsse mir nicht irgendwas... Irgendwo fragt mal wieder... Ja, driften wir halt immer! Der wäre offen, wuchst du mir jetzt nur auf die Neffen gehören. Stopp! Verdammt nochmal! Alter, wie scheiße ist das Game! Wieso soll ich mir... Okay. Wieso soll ich mir überhaupt wieder so ein Spiel aus? Oh, was um Geschicklichkeit geht. Also, ein Versuch noch. Dann war das mal wieder für die Aufnahme-Session bei mir. Okay. Die kanntest du wohl schon mal. Leute, das macht ihn überhaupt nichts aus. Das ist übel. Nein. Das ist nicht wahr. Ich sag's mal. Das stimmt überhaupt nicht, oder was? Ja, und da ist es? Was ist das? 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 Oh Gott he. willst du mich verarschen roboter echt die fresse ok zwei blockaden am arsch echt ok dann haben wir schonmal eins Der scheiß Sandgurde. So, rauf. Vielleicht kann ich da jetzt schon was machen. Oh, rauf geht's auch noch. Wie grabeniert! Wow! Komm mal weg. Habt ne Projekte. Okay. Komm der Asse! Das ist so fertig machen, hey. So. Boah, Maximilian. Ich hoff so einen Hass auf dich. Das weißt du schon, oder? Ich hab's. Ich hab's. Awesome. John Rashad. You rock. Hard. Das ist mein Name, darling. Couldn't have done it without you. Haha, du bist so süß. Toll. Jetzt haben wir eine Diskette. Wow. 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 Ah, da oben war das wieder Trophäe gewesen. Bestimmt. Das ist jetzt richtig. John, hast du gesagt, upper deck? Uh, ja. Aber es scheint, dass ich einen Detour mache. Alles klar. Ich werde dich warten. Ich werde dich warten. Oh my god. Ich fahre schon stöhne, wo es da links ist. Nee, scheiße. Okay, dann finden wir mal. Wo die Skylar ist. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oh, ja. auch ich glaub ich glaub das machen beim nächsten mal also das machen wir einfach beim nächsten mal